Ian Burns betrat das Haus und wurde sofort vom Duft von Brathähnchen aus der Küche in Empfang genommen. Er hängte seine Anzugjacke an die antike Garderobe im Flur, kurz bevor seine Frau um den Türrahmen spähte. Hallo Schatz, sagte Lisa in ihrer gewohnt fröhlichen Art, die ihn in letzter Zeit nur noch nervte. Hol dir ein Bier, das Abendessen ist in 20 Minuten fertig. Ich habe eines deiner Lieblingsgerichte gemacht. Toll, antwortete Ian, ohne es so zu meinen, als er an Lisa vorbeiging, um sich ein Bier aus dem Kühlschrank zu holen. Wenn er Lisas verletzten Gesichtsausdruck bemerkte, machte er sich nicht die Mühe, ihn zu bemerken. Lisa konnte nicht anders, als sich von Jans offensichtlicher Weigerung, sie zur Begrüßung zu küssen, verletzt zu fühlen. Es war ein weiteres Beispiel dafür, wie ihn sie in den letzten drei Monaten zurückgewiesen hatte. Am selben Tag hatte Lisa bereits mit ihrer Mutter zu Mittag gegessen und sie um Rat gefragt, was falsch sein könnte. Was angesichts der lebhaften Fantasie ihrer Mutter wahrscheinlich ein Fehler war. Er versucht, sich von dir zu distanzieren, Liebes. Hast du etwas getan, das ihn verärgert hat? Du hast doch keine Affäre, oder? Lisa war über die Frage schockiert. Natürlich nicht, Mutter. Warum fragst du überhaupt so etwas? Nun, du musst etwas getan haben, Lisa. Ihn liebt dich. Es war typisch für ihre Mutter, sich auf Jans Seite zu stellen. Aber die Frage ihrer Mutter, ob Lisa eine Affäre hätte, brachte einen anderen Grund für seine Einstellung ans Licht. Hatte ihn eine Affäre? Der Gedanke daran erschreckte Lisa zutiefst. Mutter und Tochter beendeten das Mittagessen und anstatt ins Büro zurückzukehren, um ihren Arbeitstag zu beenden, rief Lisa ihren Chef an, um einen halben Tag Urlaub ohne Angabe von Gründen zu nehmen, ging einkaufen und kaufte die Zutaten für eines von Jans Lieblingsessen. Sie war bereit, um ihren Mann zu kämpfen. So sehr er es auch hasste, musste ihn Lisa ein Kompliment für das köstliche Essen machen. Das war gut, was ist der Anlass? Nichts Besonderes, ich dachte nur, mein Mann könnte ein gutes, hausgemachtes Abendessen gebrauchen. Ich weiß, dass wir beide viel mit der Arbeit und so zu tun hatten und dachte, ich zeige mich dankbar dafür, wie hart du in letzter Zeit gearbeitet hast. All die zusätzliche Zeit im Büro Lisas Erwähnung seiner zusätzlichen Zeit im Büro bereitete ihn einen Moment lang Sorgen, aber er unterdrückte sie und schluckte seine Schuldgefühle hinunter. Lisa ignorierte, wie Jans Augen blinzelten, als sie fortfuhr. Ich habe eine Überraschung. Ich habe für nächstes Wochenende ein Zimmer in dem Motion City Band B reserviert, in dem wir letztes Jahr übernachtet haben. Ich dachte, wir könnten wieder ein paar Tage an der Küste wandern. Es war letzten Herbst so schön. Letzten Herbst, dachte Ian, als ich in meine Frau verliebt war. Bevor die Affäre alles veränderte. Ian konnte nicht schnell genug eine gute Ausrede finden, um ein Wochenende mit seiner Frau zu vermeiden, also erfand er einfach eine aus dem Nichts. Ich muss vielleicht nächstes Wochenende arbeiten. Lisa war darauf vorbereitet. Nein, musst du nicht. Ich habe Josef heute Nachmittag angerufen und mir von ihm versprechen lassen, dass du nächstes Wochenende frei hast. Ich wollte nicht die Anzahlung für das Zimmer verlieren. Lisa kannte Jans Chef Josef. Während der drei Jahre, in denen ihn für Josef bei Genius Systems arbeitete, nahmen ihn und Lisa an vielen Veranstaltungen mit Josef und seiner Frau teil. Josef war für Lisa fast wie ein Lieblingsonkel geworden. Ein Grund mehr, warum Jans Leben bei der Arbeit zur Hölle werden würde, wenn er sich von Lisa scheiden ließe. Es sei denn, er könnte Lisa als den Bösewicht hinstellen. Es würde nicht einfach sein, Lisa als Grund für ihre Scheidung hinzustellen. Alle liebten Lisa, sie war innerlich und äußerlich wunderschön und fast jeder wusste, dass sie ihm treu ergeben war. Warum also versuchte er, eine schöne, freundliche und liebevolle Frau loszuwerden? Natürlich für eine andere Frau. Ihn lernte Carmen Bennion in der Kaffeeschlange gegenüber seiner Arbeitsstelle kennen. Die Brünette mit dem bezaubernden Lächeln stand vor ihm, als sie sich am Buffet entlang bewegten. Sie füllte ihr Tablett mit einigen der teureren Gerichte, ihn achtete mehr auf sie als auf das, was auf seinem eigenen Tablett landete. Als sie an der Kasse ankam, kamte sie verwirrt in ihrer Handtasche. Ich weiß, dass ich meine Brieftasche hier irgendwo hatte. Die hungrigen Gäste hinter ihm begannen zu mohren. Die Brünette drehte sich lächelnd zu ihm um. Könnten Sie mir bitte 15 Dollar leihen? Ich zahle es Ihnen beim nächsten Mal zurück. Ihnen war so angetan von dem Lächeln der Frau und ihrem Gesicht. Sie war wunderschön, dass er nicht darüber nachdachte, wann das nächste Mal sein würde. Er hatte sie noch nie zuvor gesehen. Er hätte sich an dieses Gesicht erinnert. Er platzte heraus, klar, und zu der Dame an der Kasse. Ich sagte, setzen Sie das auf meine Rechnung. Das Lächeln der Brünetten wurde breiter. Danke. Ian erwartete, dass dies das Ende der Angelegenheit sei, und war erfreut, als sie sich an seinen Tisch setzte. Ich bin Carmen. Ian streckte die Hand über den Tisch aus. Ian, als er ihr die Hand schüttelte. Als gutaussehender Mann mit der Ausstrahlung eines Erfolgsmönschen war ihn nicht sonderlich überrascht, als sich die junge Schönheit zu ihm gesellte. Er hatte schon immer Glück bei den Frauen, schon seit der Mittelschule. Im College war ihn der Typ, in dessen Nähe seine Verbindungsbrüder blieben und darauf warteten, die Reste abzubekommen. Es gab immer gutaussehende Reste. Während sie aßen, warf Ian einen Blick auf Carmens linke Hand und hielt nach einem Ring Ausschau. Vor Jahren, bevor er Lisa kennenlernte, hatte Ian eine Affäre mit einer verheirateten Frau. Es endete nicht gut für ihn. Der gehörnte Ehemann holte Ian eines Nachts vor seiner Wohnung ein. Leider war ihn kein guter Kämpfer, der Ehemann jedoch schon. Ian hatte eine gebrochene Nase, eine aufgeplatzte Lippe und ein paar andere Verletzungen. Das Verrückteste an diesem Vorfall war jedoch, Ian ließ seine Nase richten und sah danach sogar besser aus. Wer sagt, dass das Leben fair ist? Als Jans Vater den Grund für die Verletzungen erfuhr, drohte der alte Mann, ihn zu enterben, wenn er den Ehemann anzeigen würde. Außerdem sagte er zu ihnen, dass es an der Zeit sei, erwachsen zu werden und sich niederzulassen. Wie viele Playboys vermied ihn auf der Suche nach einer Ehefrau alle leichten Mädchen, mit denen er bis dahin ausgegangen war und im Bett gelegen hatte. Schließlich lernte er Lisa Collins bei einer Wohltätigkeitsveranstaltung kennen. Lisa erfüllte alle Kriterien, sie war schön, klug, treu und hatte eine großartige Persönlichkeit. Ein Jahr nach ihrem ersten Date heirateten Ian und Lisa. Jetzt, drei Jahre später, kam Jans wahres Wesen wieder zum Vorschein. Innerhalb von zwei Wochen nach dem Treffen mit Carmen im Café verbrachte er jede freie Minute in Carmens Wohnung. Innerhalb von vier Wochen hatte Carmen ihn um den Finger gewickelt und fragte ihn, wann er sich von der Ehefrau scheiden lassen würde. Anstatt mit seinem Vater zu sprechen, rief ihn Simon Foster, einen alten Verbindungsbruder, an und bat ihn um Rat. Er bot an, die ersten beiden Runden zu bezahlen, wenn Simon ihm als Gesprächspartner zur Verfügung stehen würde. Die beiden setzten sich an die Bar, die für einen solchen Anlass ausgewählt wurde. Die Sache ist die, ich bin noch nicht einmal 30 und mein Leben fängt an, wie das meiner Eltern auszusehen. So begann Ian das Gespräch. Ich habe diese Frau kennengelernt, Carmen, und sie bringt mich dazu, meine Entscheidungen zu überdenken. Carmen spricht davon, Strände zu besuchen und Spaß in den karibischen Gewässern zu haben. Lisa spricht davon, ein Haus zu kaufen und Babys zu bekommen. Ian bemerkte die Veränderung im Gesichtsausdruck seines Freundes. Von einem lüsternen Grinsen bei der Erwähnung von Spaß am Strand zu einem Stirnrunzeln, als ihn das Wort, Babys bekommen, verwendete. Sein Verbindungsbruder verstand das Dilemma. Er machte weiter, wenn die Waage nicht schon vorher zu Carmens Gunsten ausgeschlagen hatte, würden die nächsten beiden Sätze Lisas Schicksal besiegeln. Carmen ist aufregend und abenteuerlustig, während Lisa nach drei Jahren Ehe immer noch ein bisschen schüchtern ist. Carmens Körper ist mit Tätowierungen verziert und Lisa kann nicht verstehen, wie Menschen ihren Körper auf diese Weise markieren können. Ian hatte vergessen zu erwähnen, dass Lisa vor zwei Jahren nachgegeben und sich ein kleines Schmetterlingstattoo an einer Stelle stechen lassen hatte, die nur ihn und ihr Arzt jemals sehen würden. Lisa bestand darauf, dass der Tätowierer eine Frau sein musste und das Tattoo selbst gefiel ihn und besänftigte ihn eine Zeit lang. Simon hatte die Moralvorstellungen einer Straßenkatze und die Reife eines Erstsemesters in einer Studentenverbindung. Seine Antwort, also schmeiß Lisa raus und amüsier dich mit Carmen, bis du ihrer überdrüssig wärst. Du weißt, dass du sie irgendwann verlassen wirst, sie ist genau wie all die Frauen, die du in der Schule kennengelernt hast. Und erzähl mir nicht, dass du in diese Carmen verliebt bist, ich kenne dich besser. Ian dachte über Simons weise Worte nach Oder das, was nach drei Alles und zwei Patronschutz wie Weisheit klang. Die beiden Brüder wechselten das Thema zu Sport und dann prallte Simon vor ihnen mit all den Mädchen, die er bei der Arbeit kennenlernte. Sie wurden laut, sodass der Barkeeper ihnen eine Stunde später den Hahn abschnitt. Ian dankte Simon für das Treffen, plante, irgendwann in der Zukunft ein Wochenende mit ihm zu verbringen und torkelte nach Hause. Als er am nächsten Morgen aufwachte, hatte er einen fürchterlichen Kater und einen Geschmack von Erbrochenem im Mund. Was er von der Unterhaltung am Vorabend noch wusste, machte ihm klar, dass er sich von Lisa trennen musste. Als er sich Simons Geschichten über das Singeldasein anhörte, wurde ihm klar, dass er zu jung und die falsche Frau geheiratet hatte. Das Problem war jetzt dasselbe wie zuvor und Simon konnte nicht anders, als das Problem zu lösen, wie man es zu Lisas Schuld machte, dass die Ehe gescheitert war. Ian meldete sich krank zur Arbeit, Lisa war bereits weg, aber sie hinterließ eine nette Notiz auf dem Tresen neben der Kaffeekanne. In typischer Lisa-Manier hoffte sie, dass er gestern Abend eine schöne Zeit mit seinem College-Kumpel hatte. Warum muss sie so verdammt nett sein, dachte er bei sich. Warum muss sie so unglaublich nett sein, fragte sich ihn erneut, als er während der Fahrt zur Küste am darauf folgenden Wochenende aus dem Seitenfenster schaute. Seine gesamte Vorgehensweise in den letzten Monaten mürrisch und manchmal regelrecht gemein seien, sie ignorieren, Intimität vermeiden und, wenn sie intim waren, einfach egoistisch sein funktionierte nicht. Er konnte Lisa nicht dazu bringen, die Fassung zu verlieren und ihn entweder verbal oder körperlich zu konfrontieren. Lisa verbrachte die vierstündige Fahrt gut gelaunt. Sie kamen in dem romantischen Band B an und Lisa schaffte es, ihn am ersten Abend dazu zu bringen, zärtlich zu sein, ihn musste zugeben, dass es fantastisch war. Lisa hielt ihren Körper in Form, die Zeit im Fitnessstudio hatte ihre natürliche Schönheit nur noch verstärkt. Aber sie war immer noch nicht karm. Als sie am Morgen aufwachten, hatte Lisa ihren Arm um seinen Oberkörper geschlungen. Sie frühstückten gut und packten ein Picknick. In Lisas Rucksack in Jans Rucksack befanden sich Wasser, eine Flasche Pinot Noir, ihr Erste-Hilfe-Set und eine Decke, bevor sie sich auf den Weg zu ihrer Wanderung machten. In der Nacht zuvor hatte es stark geregnet, die Temperatur lag bei etwa 7 Grad Celsius, aber es sollte sonnig und 18 Grad Celsius warm werden, wenn sie zum Mittagessen anhielten. Ein herrlicher Tag zum Wandern und um wieder zueinander zu finden. Der Weg öffnete sich in die Sonne, als er die Klippe mit Blick auf den Ozean erreichte, ihn und Lisa hielten an, um die schiere Schönheit des scheinbar endlosen Horizonts zu bewundern. Ihr Tagesziel war der Eingang zu einem Pfad, der eine halbe Meile von ihrem jetzigen Standort entfernt lag. Der Pfad war in die Klippe gehauen worden, höchstwahrscheinlich von den ursprünglichen Bewohnern dieses Landes, und führte die 80-Fuß-hohe Klippenwand hinunter zum sandigen Boden in der Nähe der Flussmündung. So weit kamen sie jedoch nie. Lisa wandte den Blick vom Horizont ab und etwas erregte ihre Aufmerksamkeit. Keiner von ihnen bemerkte, wie viel Erosion seit ihrem letzten Besuch hier stattgefunden hatte. Der Pfad war einst mindestens drei Meter von der Klippe entfernt, jetzt war er stellenweise nur noch einen Meter oder anderthalb Meter entfernt. Lisa bückte sich, um sich die Lilienblüte anzusehen, die nicht mehr als einen halben Meter vom Rand entfernt war, als der Boden nachgab. Als sie seitlich abrutschte, verfing sie sich in einer freiliegenden Buschwurzel, die verhinderte, dass sie vollständig über den Rand fiel, aber nun baumelten ihre Beine in der Luft und schlugen umher, während sie versuchten, etwas zu finden, woran sie sich festhalten konnten. Hilfe, Ian, rief Lisa und sah ihren Mann an, der wie erstarrt dastand. Hilfe, schrie sie lauter und versuchte, ihn aus seiner Starre zu reißen. Gib mir deinen Gürtel. Lisa wusste, dass es ihr nichts nützen würde, wenn sie beide über die Klippe stürzten. Ian stand einfach nur da. Er war nicht vor Angst erstarrt, er dachte nach. Vielleicht war dies die Antwort auf seine Gebete. Eine einfache Möglichkeit, seine Frau loszuwerden. Kein verärgerter Chef oder Vorwürfe von Freunden und Familie, weil er seine Frau verlassen und eine neue gefunden hatte. Tatsächlich würde er als mitfühlender Charakter angesehen werden, als jemand, der Trost braucht. Sie tauschten Blicke aus, die alles erklärten. Lisa verstand, dass ihm sie sterben lassen würde und ihn verstand, dass Lisas letzte Gedanken ihr Wissen um seinen Betrug waren. Es tut mir leid, sagte Ian und meinte es auch so schließlich hatte er sie bis vor kurzem tatsächlich geliebt. Es ist das Letzte, was Lisa hörte, bevor die Wurzel nachgab und sie 80 Fuß tief ins Meer stürzte. Ihr Körper wurde dann durch die Kombination aus Ebbe und der Strömung des nahegelegenen Flusses weiterhin ausgetrieben. Ian erraschte einen Blick auf Lisa, bevor ein küstennah Bodennebel es unmöglich machte, irgendetwas zu sehen, vielleicht war sie bereits gesunken. Ian saß auf dem Boden und weinte. Natürlich gab es eine Untersuchung. Es wurde spekuliert. Hatte der Mann sie von der Klippe gestoßen? Menschen können so grausam sein. Zum Glück für Ian waren die Ermittler gründlich und kompetent. Sie fanden Lisas Fußabdrücke dort, wo sie vom Weg abkam. Sie fanden die frische Erosion und die Stelle, an der der Busch gestanden hatte, bevor er sich löste. Alle Beweise bestätigten Jans Aussage. Lisa war vom Weg abgekommen, zu nah an den Rand gekommen, der nachgab, sie griff nach einer Wurzel, aber diese war nicht stark genug, um ihr Gewicht zu halten, sie fiel und starb entweder an den Folgen des Sturzes oder ertrank. Niemand würde jemals erfahren, dass ihnen tatenlos zusah, wie sie fiel. Lisas Leiche wurde nie gefunden, was angesichts der Nähe zur Strömung des Flusses nicht überraschend ist. Die Küstenwache suchte drei Tage lang, aber ohne Erfolg. Eine Woche später wurde der Rucksack, den Lisa an diesem Morgen trug, an einem Strand 20 Meilen nördlich von ihrem Einstiegspunkt gefunden, was die Spekulationen bestätigte, dass Lisa bei dem Sturz nicht gestorben war und die Hoffnung näherte, dass ihre Leiche irgendwie geborgen werden würde. Aber das geschah nie. Die tragische Geschichte vom Tod der schönen jungen Ehefrau füllte innerhalb weniger Stunden alle Nachrichtenkanäle. Ian war nicht überrascht, als er am Sonntagabend nach Hause kam und auf der Mailbox seines Wegwerfhandys zahlreiche Nachrichten von Carmen vorfand. Er hatte das Handy ausgeschaltet und in seiner Aktentasche eingeschlossen gelassen und es nicht mitgenommen, als er am Wochenende mit seiner Frau unterwegs war. Ian hörte sich die Nachrichten an und rief dann Carmen an. Carmen nahm nach dem ersten Klingeln ab. Oh mein Gott, Ian! Ich habe gehört, was ihr zugestoßen ist. Carmen sprach Lisas Namen nie aus und bezeichnete sie immer als sie, die Ehefrau, oder die Frau, aber heute verzichtete sie aus Respekt vor der toten Frau auf die Abwerten derer Bezeichnung. Carmen tat auch ihr Bestes, um Freude aus ihrer Stimme herauszuhalten, während sie ihr Mitgefühl vortäuschte. Ian war nicht der Einzige, der glaubte, dass die Gebete erhört worden waren, als Lisa versehentlich von der Klippe stürzte. Carmen versuchte, die andere Möglichkeit nicht in Betracht zu ziehen, dass ihn sie fallen ließ, damit sie zusammen sein konnten, obwohl ein Teil von ihr von der Vorstellung begeistert war, dass ihn sie so sehr lieben könnte. Carmen redete eine Minute lang weiter. Wann kann ich dich sehen? Gibt es etwas, das ich tun kann? Warum kommst du nicht vorbei, damit ich dich trösten kann? Ian konnte kein Wort herausbringen, bis er Carmens Monolog unterbrechen musste. Carmen, warte mal kurz. Du weißt, dass der Unfall untersucht werden wird. Ich werde eine Weile unter genauer Beobachtung stehen, zumindest bis die Untersuchung abgeschlossen ist. Wir müssen ruhig bleiben und uns bedeckt halten. Glaub mir, ich will dich genauso sehr sehen wie du mich. Wir müssen nur ein paar Tage lang alles beim Alten lassen. Lass es noch ein bisschen so wie bisher. Das Gute daran ist, dass wir jeden Abend so lange miteinander telefonieren können, wie wir wollen. Kannst du das verstehen? Das klang vernünftig, aber Carmen hatte bereits drei Monate darauf gewartet, dass ihn Lisa abservierte. Noch ein paar Tage länger zu warten, würde ihr sehr schwer fallen, vor allem jetzt, wo ihn frei war. Wenn überhaupt, war es noch schwieriger, weil sie sich nicht zum Mittagessen treffen oder in Carmens Wohnung zusammen sein konnten, wenn Ian vorgab, länger bei der Arbeit bleiben zu müssen. Ian war kein Dummkopf, denn für jeden Abend, den er bei Carmen verbrachte, verbrachte er einen Abend bei der Arbeit nur für den Fall, dass das Thema von Jans Überstunden aufkam, wenn Lisa mit seinem Chef sprach. Carmen war aufbrausend und versuchte ihr Bestes, ruhig zu bleiben, während ihn erklärte, dass sie eine Weile vorsichtig sein müssten. Sie war bereits stinksauer, als ihn ihr erzählte, dass Lisa ein romantisches Wochenende in einem Beat-End-Breakfast geplant hatte. So wütend, dass sie am vergangenen Freitagabend ausging und einen großen, gut aussehenden Mann kennenlernte, von dem sie annahm, dass er sie auf andere Gedanken bringen könnte. Tatsächlich war Carmen am Samstagnachmittag immer noch mit dem Kerl zusammen. Sie sahen fern, während sie sich von ihren Aktivitäten erholten, als die Fernsehsendung mit der Nachricht über den tragischen Unfall der Frau aus der Gegend unterbrochen wurde. Carmen warf den Kerl raus, räumte die TKW-Kartons, Bierflaschen und die Bettwäsche auf, bevor sie den ersten Anruf auf Jans Wegwerf-Handy tätigte. Carmen tat ihr Bestes, um zu vergessen, wie der Kerl sie fühlen ließ, bevor er sie in die Matratze hämmerte. Ihn holte Carmen in die Gegenwart zurück. Carmen, hast du gehört, was ich gesagt habe? Ich sagte, ich werde mein Bestes tun, um mich wegzuschleichen. Ich werde versuchen, mich verkleidet hinauszuschleichen, auf dem Parkplatz lungern Reporter herum. Ich bin am Montag um 9 Uhr dort. Das war einer der Punkte, die Carmen an ihn so liebte. Der Kerl war so leicht zu manipulieren, dass Carmen ihre Hand hob und auf ihren kleinen Finger schaute, den ihn umschlungen hatte, wohl wissend, dass der Finger daneben noch vor Ende des Sommers einen Ring tragen würde. Am Montag war ihn den ganzen Tag über angespannt. Er hatte in den letzten beiden Nächten auch nicht viel geschlafen. Jedes Mal, wenn er die Augen schloss, konnte er sehen, wie Lisa ihn mit diesem Blick anstarrte, wissend, dass ihn sie sterben lassen würde. Ihnen wurde klar, dass ein Grund dafür, dass er in der vergangenen Nacht so schlecht geschlafen hatte, Lisas Duft war, der auf ihrer Seite des Bettes zurückgeblieben war. Lisa trug immer eine Spur des Parfüms, Kriet, gerade genug, um Jans Nase zu erreichen, wenn er sich an ihren Hals, ihr Dekolletete oder den Intimbereich zwischen ihren Beinen kuschelte. Aber jetzt, da sie sein Bett nicht mehr teilte, musste er die Bettwäsche von jeglichem Restgeruch befreien, also wusch er die Bettwäsche. Da er nichts anderes zu tun hatte, begann er, Lisas Kleidung, Toilettenartikel und andere Bett- und Badezimmerartikel in Plastikmüllsäcke zu packen, da er dachte, dass niemand im Hauptschlafzimmer oder im Bad sein würde. Ihn ließ die meisten Fotos im Wohnzimmer, Esszimmer und Arbeitszimmer, für den Fall, dass Lisas Mutter oder Freunde vorbeikamen. Er entfernte die beiden Hochzeitsfotos im Flur und ersetzte sie durch Naturaufnahmen. Die Müllsäcke brachte er in ihr Arbeitszimmer und wollte sie entsorgen, nachdem er alle Schränke und ihr Arbeitszimmer ausgeräumt hatte. Er schloss die Tür, bevor er zurück ins Wohnzimmer ging, um sich einen doppelten Yameson einzuschenken. Um halb neun schlich sich ihn durch die Hintertür des Wohnhauses hinaus und ging die zwölf Blocks zu Carmens Wohnung. Carmens öffnete die Tür und trug ein Lächeln und sonst nichts. Ihn, du hast mir gefehlt. Carmens sprang ihn in die Arme, schlang ihre Arme um seinen Hals und ihre Beine um seine Taille. Komm rein, du hast mir gefehlt und ich brauche dich dringend. Deshalb hatte sich ihn so heftig in Carmens verliebt, sie war pure, unverfälschte Leidenschaft, die ihn nie abwies, egal, worum es ging. Du hast keine Frau, zu der du nach Hause gehen kannst, heute Nacht werde ich dir zeigen, wie toll das sein kann, sagte sie grinsend, als er sie aufs Bett warf. Komm her, ich verspreche, alle Bisse und Kratzer unterhalb des Ausschnitts zu halten. Ian verbrachte die Nacht in seiner Wohnung, wie lustig, nicht mehr an sie als unsere Wohnung, zu denken und kehrte vor dem ersten Tageslicht zurück. Ian trug sein Jogging-Outfit für den Fall, dass ihn jemand, so unwahrscheinlich es auch schien, auf der Straße oder beim Betreten des Gebäudes erwischte. Obwohl Ian in den sechs Monaten, seit er und Lisa in den Komplex gezogen waren, keinen der Nachbarn kennengelernt hatte, können Nachbarn neugierig und nervig sein, besonders jetzt, wo er ein Promi war. Es stellte sich heraus, dass er recht hatte. Mrs. Simpson, die ältere Witwe auf der anderen Seite des Flurs, interessierte sich besonders für das Kommen und Gehen des jungen Witwers. Ian schaute in den Badezimmerspiegel. Er nahm den Handspiegel, sein Rücken war mit Kratzern übersät. Ian lächelte und dachte daran, dass dies das war, was in seiner Ehe fehlte und gezügelte Leidenschaft. Am Dienstagabend kam Lisas Mutter vorbei, um ihrem Schwiegersohn ihr Beileid auszusprechen. Es war ein angespannter Besuch. Wenn Francis Collins die fehlenden Fotos im Flur bemerkte, erwähnte sie es nicht. Sie verbrachten den Großteil des kurzen Besuchs damit, etwas zu finden, das sie einander sagen konnten, allerdings mit wenig Erfolg. Als ob die Situation nicht schon unangenehm genug wäre, klingelte Ians Handy, während sie im Wohnzimmer saßen. Ian versuchte, es zu ignorieren. »Wirst du nicht rangehen?«, fragte Francis. Ian schaute auf das Display. Es war Carmen, die vermutlich davon ausging, dass es nun in Ordnung war, sein Telefon anzurufen. »Nein, nur ein paar Reporter oder Spam.« Das Telefon hörte auf zu klingeln und sofort begann das Wegwerf-Handy, das ihn auf dem Küchentisch liegen gelassen hatte, zu vibrieren. Es war offensichtlich, dass im anderen Zimmer ein Telefon summte, aber beide ignorierten es, als würde das Ignorieren des Telefons bedeuten, dass es nicht existierte. Francis ging sehr bald darauf. Obwohl Carmen sich beschwerte, beschloss Ian, den Dienstagabend zu Hause zu verbringen. Es gab einfach zu viele Anrufe von Reportern, Freunden und Familie. So viele Menschen, die entweder aufrichtiges Beileid bekundeten oder lediglich versuchten, ihr voyeristisches Verlangen zu stillen, Teil einer Fass zu sein. Ian verabredete sich mit Dana Williams, Lisas bester Freundin, um innerhalb von ein oder zwei Monaten eine weltliche Gedenkfeier abzuhalten. Ohne Leiche brauchte er sich keine Sorgen zu machen, dass er an der Grabstätte in Tränen ausbrechen würde. Ian begann, seine traurigen Gesichter vor dem Badezimmerspiegel zu üben. Er ließ sich auf die Matratze fallen, aber irgendetwas stimmte nicht. Ian setzte sich auf und schnupperte in der Luft. »Kriet«, sagte er laut. Er schnupperte an Lisas Kissen, er dachte, das müsse es sein. Er trug das Kissen zum Müllschlucker bei den Aufzügen und ging wieder ins Bett. Als ihn am nächsten Morgen aufwachte, beschloss er, Lisas Erinnerung aus der Wohnung zu verbannen. Wenn jemand eine große Sache daraus machen würde, würde er so tun, als wäre er zu verzweifelt, um ständig an sie erinnert zu werden. Er trug immer noch seine Schlaffkleidung, eine Boxershorts, als er Lisas Arbeitszimmer betrat. Irgendetwas war anders, er sah sich um. Er spürte irgendwie ihre Anwesenheit, als hätte sie gestern in diesem Raum gearbeitet. Jans logischer Verstand verstand, dass dieses Gefühl nur sein Gewissen war, das sich mit ein wenig Paranoia vermischte. Dann wusste er, warum an der Wand gegenüber von Lisas Schreibtisch hingen drei Fotos von ihnen beiden. Ian konnte sich nicht daran erinnern, wann sie diese Fotos aufgehängt hatte, aber andererseits hatte er nicht viel Zeit in ihrem Arbeitszimmer verbracht, aber aus irgendeinem Grund waren sie ihm heute aufgefallen, vielleicht spürte er deshalb ihre Anwesenheit. Er nahm eine Plastiktüte, um die Fotos einzupacken, nachdem er sie aus den Rahmen genommen hatte. Dann begann er, ihren Schreibtisch aufzuräumen. Wann hatte sie ihr Hochzeitsfoto auf den Schreibtisch gestellt? Es war eine kleinere Kopie eines der Fotos, die er aus dem Flur entfernt hatte. Er verbrachte eine weitere halbe Stunde damit, Müllsäcke zu füllen, bevor er beschloss, dass es noch zu früh am Tag war, um sich um all das zu kümmern. Er ging in die Küche und öffnete ein Bier. Ian saß immer noch in Unterwäsche da, trank sein zweites Bier und schaute sich eine dumme Vormittagstugschuhe an, als der Summer am Eingang ihn aus seiner Benommenheit riss. Wer ist da, rief er hinunter und erwartete, dass es ein weiterer Reporter war. Ich bin's, Carol. Können wir hochkommen? Carol war eine weitere von Lisas besten Freundinnen, sie hatte einige. Fluchend drückte ihn auf den Knopf, um die Eingangstür zu entriegeln, bevor er seinen Bademantel anzog. Er vergewisserte sich, dass die Tür zum Arbeitszimmer geschlossen war, als er daran vorbeiging. Keine Minute später klopfte es an der Haustür. Carol und ihr Mann standen im Flur, mit traurigen Gesichtern, als ihn die Eingangstür öffnete. Carol hatte eine Schüssel in der Hand. Ian, wir wollten dich nicht stören. Wir dachten nur, wir schauen mal vorbei und bringen dir etwas zu essen. Ich weiß noch, wie du und Lisa das letzte Mal zum Abendessen vorbeigekommen seid und wie sehr du von meiner Lasagne geschwärmt hast. Ian öffnete die Tür weiter und trat zur Seite, um sie hereinzulassen, da er dachte, dies sei seine einzige Möglichkeit. Carol trat einen Schritt zurück, hielt aber die Schüssel hin. Nein, wir lassen dich in Ruhe. Nimm einfach die Schüssel. Carol sprach die Worte aus, aber es war offensichtlich, dass sie Mühe hatte, sich zusammenzureißen. Ian nahm die Schüssel und sah zu, wie sie sich umdrehten und den Flur entlang zu den Aufzügen gingen. Er konnte nicht hören, was Carol zu ihrem Mann sagte, nachdem sie weggegangen waren. Der arme Mann. Es ist fast Mittag, der Kerl trägt immer noch seinen Bademantel und riecht nach Bier. Er muss völlig am Boden zerstört sein. Ian rief Kamen auf der Arbeit an. Wie wäre es, wenn ich heute Abend zum Abendessen vorbeikomme und über Nacht bleibe? Ich bin um sechs Uhr da. Kamen war begeistert und willigte ein, bei Samis Rippchen, Pommes und Krautsalat zu essen. Die beiden verbrachten die Nacht bei ihr, Ian wachte früh auf, joggte nach Hause und machte sich fertig, um ins Büro zu gehen. Als er sich rasierte, fiel ihm etwas auf. Auf Lisas Schminktisch in der Ecke des Badezimmers saß ihre Haarbürste. Er hätte schwören können, dass er sie in einen der Beutel geworfen hatte. Ian nahm die Bürste und brachte sie ins Arbeitszimmer. Als er die Bürste in einen der Müllsäcke fallen ließ, schaute Ian in den Papierkorb, den er gestern noch gelehrt haben wollte. Darin lag ein zerknülltes Stück Papier, Ian hob es auf und las die beiden Namen in Lisas Handschrift, Peter und Dahline. Ian setzte sich in Lisas Arbeitsstuhl und dachte an jenen Abend vor fast vier Monaten zurück, eine Woche bevor er Kamen kennenlernte. Lisa und Ian hatten sich eine alberne romantische Komödie mit einem kitschigen Ende angesehen. Das Paar heiratet und die weibliche Hauptrolle, Kate Hudson, ist schwanger. Lisa lag auf der Couch, den Kopf in Jans Schuss. Sie blickte ihm in die Augen. Hast du schon mal darüber nachgedacht, dass wir ein Baby bekommen? Ian streichelte Lisas blondes Haar. Ja, ich habe darüber nachgedacht, aber denkst du nicht, dass wir für diese Verpflichtung noch etwas zu jung sind? Lisa setzte sich lachend auf, jung? Ian, du wirst 30 sein, selbst wenn ich heute Abend schwanger werde, ich wäre 27. Wir wären älter als unsere Eltern, als sie ihre ersten bekamen. Ian ging das Thema Elternschaft mit der gleichen Einstellung an wie das Leben mit albernen Witzen. Nun, ich freue mich darauf, alles zu tun, um dich schwanger zu machen. Lisa schlug ihm auf die Brust und lachte. Ich meine es ernst. Willst du noch Kinder? Du hast immer gesagt, wir könnten zwei haben. Ian antwortete nicht sofort, nach einer zu langen Pause wich er aus. Was ist mit deinem Job? Lisa war nicht bereit, ihn aus der Verantwortung zu entlassen. Mein Job gibt mir drei Monate Urlaub bei Dreiviertelgehalt. Komm schon, T.U. mir den Gefallen und ich werde es dir lohnenswert machen. Wie sollen sie heißen? Ian gingen die Ausreden aus und außerdem klang die Idee einer Bestechung gut, er beschloss, mitzuspielen. Peter für einen Jungen, nach deinem Vater. Darlinne, wenn es ein Mädchen wird, nach meiner Mutter. Lisa lächelte, ihr gefielen diese Namen, aber besonders gefiel ihr, das ihn nachgegeben hatte. Sie schob Jans Schorz herunter und gab ihm seine Belohnung. Jetzt, wo Lisa weg war, starrte Ian auf die Namen auf dem Stück Papier, während ihm ein Schauer über den Rücken lief. Ian kam am Donnerstag nach drei Tagen, Trauerurlaub, zu spät zur Arbeit, betrat das Büro und musste das Mitgefühl seiner Kollegen ertragen. Seine Sekretärin schon weinte, als sie ihn umarmte. Sein Chef Josef sah aus, als würde er seine eigenen Tränen zurückhalten, als er ihnen eine Viertelstunde lang erzählte, wie sehr Lisa Josef und seine Frau vermissen würden. Immer wieder kamen Leute an seinem Schreibtisch vorbei, um ihm ihr Beileid auszusprechen, und es fiel ihn immer schwerer, seine Trauer zu verbergen. Er war fast so weit, nicht mehr ans Telefon zu gehen, weil ständig Reporter anriefen. Gott sei Dank hatten sie nicht seine Arbeitsnummer. Genius Systems, hier spricht Ian Burns. Ian ging ans Telefon und hoffte, dass es ein neuer Kunde sein würde, der ihn von seinem Privatleben ablenken könnte. Ich weiß, dass sie sie fallen und ertrinken ließen, war alles, was die Stimme sagte, bevor sie aufliegte. Josef nutzte diesen Moment, um an seinem Schreibtisch vorbeizuschauen. Ian, sie sehen aus, als würden sie gleich ohnmächtig werden. Gehen wir in den Pausenraum, um ihnen ein Erfrischungsgetränk oder etwas anderes zu holen. Ian ließ sich von Josef in den Pausenraum führen. Mit einer Kopfbewegung signalierte Josef den beiden Damen im Raum stumm, dass sie ihn und ihn allein lassen sollten. Die Damen verstanden und verließen den Raum, während Josef ein Danke formte. Ich weiß, dass das hart für dich war. Ich kann mir nicht vorstellen, was du durchmachst. Möchtest du mehr Urlaub nehmen, fragte Josef ihn. Nein, ich würde in der Wohnung verrückt werden und dachte, dass es das Beste für mich wäre, mich bei der Arbeit zu beschäftigen. Ich dachte mir, dass das der Fall sein könnte. Ich habe eine Idee. Möchtest du nächste Woche für zwei Tage aus der Stadt raus? Der Jefferson Industries Account braucht ein oder zwei Tage vor Ort. Du hast die Wahl. Du kannst am Sonntag fliegen und ein paar Tage in Phoenix verbringen. Komm ins Büro zurück, wenn du bereit bist. Ian fand die Idee, die Stadt zu verlassen, großartig und bat schon, seinen Flug, sein Auto und sein Hotel zu buchen. Als Ian nach der Arbeit in Carmens Wohnung auftauchte und ihr sagte, dass er in der folgenden Woche für ein paar Tage verreisen würde, rastete Carmen aus. Was ist so wichtig, dass du die Stadt verlassen musst? Ian versuchte ihr zu erklären, dass es um seinen Job ging, aber Carmen hörte nicht zu und warf ihn aus ihrer Wohnung. Ian überlegte, ob er an ihre Wohnungstür klopfen sollte, um wieder hereingelassen zu werden, bis ihm klar wurde, dass dies nur dazu führen würde, dass die Nachbarn den frisch verwitweten Mann, dessen Gesicht in den Wochenendnachrichten zu sehen war, vor der Tür einer jungen, alleinstehenden Frau stehen und um Einlass betteln sehen würden. Ian kehrte um und ging nach Hause. Sobald ihn durch die Tür trat, spürte er wieder Lisas Anwesenheit und ein Schauer lief ihm über den Rücken. Er drehte sich um und ging in die Kneipe, um etwas zu essen und ein oder zwei Bier zu trinken. In der Zwischenzeit rief eine aufgebrachte Carmen jemanden an. Sie hatte an einen Mann vom letzten Wochenende gedacht und ihn angerufen. Hey, hier ist Carmen, erinnerst du dich an mich? Natürlich, Schatz, rufst du an, weil du eine Revanche brauchst. Ja, komm hierher. Weißt du noch, wo? Heute Abend geht nicht, ein Kumpel aus der Schule ist zu Besuch. Wie wäre es morgen oder am Samstag? Carmen konnte nicht glauben, was sie da sagte. Bring ihn mit, das könnte lustig werden. Carmen hatte in ihrem Leben schon viele unerhörte Dinge getan, aber das würde alles, was vor diesem Abend geschehen war, vergleichsweise harmlos erscheinen lassen. Sie hatte fast ein schlechtes Gewissen, weil sie ihn betrogen hatte, aber sie rechtfertigte sich damit, dass ihn seine Frau betrogen hatte, außerdem schenkte er ihr nicht genug Aufmerksamkeit. Und sie würde es am folgenden Dienstagabend wieder gut machen, wenn er nach Hause flog. Wenn sie nicht zu wütend war. Ian trank sein drittes IPA aus und ging zurück zu seiner Wohnung. Er rief Carmen an, aber sie ging nicht ran und er wollte keine Nachricht hinterlassen, also legte er auf. Zehn Minuten später klingelte sein Telefon. Es war Carmen. Ian, hast du angerufen? Ja, Schatz. Kann ich vorbeikommen? Nicht heute Abend, Ian. Du hast mich wütend gemacht und vielleicht ist es an der Zeit, dass du darüber nachdenkst, wie schwer es ist, auf dich zu warten. Ich habe gewartet, während du verheiratet warst, jetzt sitze ich hier ganz allein, weil du auf Geschäftsreise gehst. Nicht vor Sonntag. Ich könnte heute Abend und die nächsten zwei Nächte mit dir verbringen. Nein, wir reden morgen. Carmen beendete das Gespräch und widmete sich wieder dem, was sie vor dem Klingeln des Telefons getan hatte. Wer war das? fragte der Mann neben ihr. Mein Freund. Ich habe ihn nur zurückgerufen, um sicher zu gehen, dass er heute Abend weg bleibt. Wo waren wir? Ian schaute auf sein Handy und fluchte. Er öffnete ein weiteres Bier und fasste einen Entschluss, aber er würde bis zum Morgen warten, um Carmen anzurufen und es ihr zu sagen. Er zog sich aus und ging ins Bett. Sobald sein Kopf das Kissen berührte, roch er kriet. Ian sprang aus dem Bett, verdammte Scheiße, und riss die Laken vom Bett. Er rannte in die Küche, um einen Müllsack zu holen, und warf die Laken, die Kissen, den Matratzenbezug und sogar die Decke in den Sack. Auf dem Weg durch den Flur öffnete er den Wäscheschrank, packte das zusätzliche Laken in den Sack, zog sich an und ging zu seinem Auto. Ian fuhr zum Walmart, aber bevor er den Laden betrat, fuhr er um die Rückseite des Ladens herum, wo er die Müllcontainer in der Nähe der Laderampe fand. Ian warf den Beutel in den Müllcontainer und stieg gerade wieder in sein Auto ein, als der Mann an der Laderampe rief, »He Kumpel, du kannst deinen Müll nicht da reinwerfen!« Ian ignorierte ihn und fuhr zur Vorderseite des Ladens, ging hinein und kaufte neue Kissen, Bettlaken und eine Decke. Der Walmart-Mitarbeiter fluchte ein paar Mal und schaute dann in den Müllcontainer, um zu sehen, was der Mann weggeworfen hatte. Er erzählt ab und zu die Geschichte, was er in der Tüte gefunden hat, und niemand, der die Geschichte gehört hat, hatte jemals eine vernünftige Erklärung dafür, warum ein Mann einwandfreie, saubere Bettwäsche wegwirft. Am frühen Freitagmorgen, nach einer weiteren schlechten Nacht, rief ihn Kamen an, um sie zu erreichen, bevor sie zur Arbeit ging. Kamen ging ans Telefon und klang benommen, schließlich hatte sie nur vier Stunden geschlafen, nachdem sie die beiden Männer um zwei Uhr morgens vor die Tür gesetzt hatte. »Was willst du, Ian?« Kamen wollte verärgert klingen, um ihn auf Trab zu halten. »Ich möchte, dass du morgen in meine Wohnung einziehst. Ich nehme mir den Tag frei, um den Rest von Lisas Sachen hier wegzuräumen. Du kannst einziehen. Ich muss noch für zwei Nächte nach Phoenix, aber nur für zwei Nächte. Ich bin am Dienstagabend zurück.« Kamen war begeistert, als sie die Worte »Wenn du einziehst« hörte. Sie hatte gehofft, dass es bald passieren würde, aber es war früher als erwartet. Ihr Mietvertrag lief Ende der nächsten Woche aus und sie wollte ihn nicht verlängern. Als sie zweimal an Jans Wohnanlage vorbei fuhr, konnte sie nicht glauben, wie schön sie war. Sie stellte sich vor, wie sie dort lebte. Es gab sogar einen Pool und einen Fitnessraum, es war alles so viel schöner als ihr schäbiges Wohnhaus. Hoch erfreut, aber wissend, wie man einen Mann aus dem Gleichgewicht bringt, antwortete sie »Lass mich darüber nachdenken.« »Ich rufe dich heute Abend nach der Arbeit an.« »Bitte, Kamen.« »Du wirst sehen, wir werden ein tolles Paar sein, gib uns einfach eine Chance.« Kamen musste all ihre Willenskraft aufbringen, um nicht in Gelächter auszubrechen. Der Typ war so leicht zu haben wie ein Fisch an der Angel. »Ich rufe dich heute Abend an«, ihn. Sie beendete das Gespräch zum zweiten Mal, ohne ihn zu sagen, dass sie ihn liebte. Ihn verbrachte Freitagmorgen drei Stunden damit, sich auf seine Reise zu Jefferson Industries vorzubereiten, nachdem John ihm alle Materialien, die er für das Treffen benötigte, per E-Mail geschickt hatte. Den Rest des Tages verbrachte er damit, jede Schublade, jeden Schrank, jedes Fach und jeden anderen Ort, an dem er etwas finden konnte, zu durchsuchen und alles zu entfernen, was Lisa gehörte. Die Kleidung wurde in eine nahegelegene Spendenbox der Heilsarmee geworfen und der Rest in den Müllcontainer der Wohnung. Den Abend verbrachte ihn damit, Taschen zu füllen. Von Zeit zu Zeit stieß er auf ein Andenken an ihr gemeinsames Leben. »Ich schätze, es gab eine Zeit, in der wir glücklich waren«, dachte er bei sich, obwohl er es nur ungern zugab. Freitagabend um sieben rief Carmen aus ihrem Auto an, um in das Gebäude gelassen zu werden. Ihn eilte nach unten, um sie hereinzulassen, und half ihr mit ihren beiden Koffern. »Du kannst mir später mit dem Rest meiner Sachen helfen.« »Mein Mietvertrag läuft heute in einer Woche aus, also haben wir Zeit, es zu schaffen.« »Die Möbel gehörten zur Wohnung, wir müssen uns keine Sorgen um schwere Sachen machen.« Carmen gab ihnen einen Kuss und lächelte, als er sie in den Aufzug führte. »Ich dachte, du hättest all ihre Sachen weggeworfen?« Carmen war im Schlafzimmer und räumte ihre Sachen in den Schrank und die Kommode. »Wovon redest du?« »Alles von Lisa sollte weg sein.« Ian fragte sich bereits, ob dies ein Fehler war. Überall, wo Carmen in der Wohnung hinkam, machte sie eine Bemerkung darüber, dass es anders sein sollte. Ian sagte immer wieder, was auch immer du willst, und schaute sich weiterhin das Baseballspiel an. Er sagte ihr, welche Kommode sie im Hauptschlafzimmer benutzen sollte, jetzt beschwerte sie sich aus diesem Raum. Carmen kam ins Wohnzimmer und stellte sich vor den Fernseher. »Genau das meine ich, die waren in einer der Schubladen der Kommode.« Carmen hielt einen String hoch. »Du hast mir immer erzählt, deine Frau sei prüde, aber keine Prüde würde so etwas tragen.« Carmen warf sie ihnen ins Gesicht, bevor er sie wegnehmen konnte, holte tief Luft und konnte es nicht glauben, Kreet, nur ein Hinweis. »Wann hört das jemals auf?«, dachte er. »Die hat sie nie getragen.« Selbst ihm fiel es schwer, seine eigene Verteidigung zu glauben, und er wusste, dass es stimmte. Er konnte sich nicht daran erinnern, dass Lisa diese getragen hatte, da sie behauptete, Tangas seien unbequem. Carmen sah ihn an, als hätte er ein drittes Auge. »Unsinn!« Carmen erkannte den Duft, es war Kreet. Das gleiche Parfüm, das ihnen Carmen vor ein paar Monaten geschenkt hatte. Jetzt wusste sie, warum es war der gleiche Duft, den seine Frau trug. Ihn wollte nicht erwischt werden, also gab er seiner Freundin das gleiche Parfüm, das seine Frau trug. Sehr raffiniert. Das machte Carmen nur noch wütender. Du bist schrecklich! Carmen marschierte zurück ins Schlafzimmer, um das Auspacken zu beenden. Der arme Ian verbrachte die erste Nacht damit, mit Carmen zusammen zu leben, ihr seine Zuneigung zu zeigen und abgewiesen zu werden. Am Samstag holten sie den Rest von Carmens Sachen aus ihrer Wohnung und gaben ihr Bestes, um sich vor neugierigen Nachbarn bedeckt zu halten. Am Sonntag hatte ihn einen Flug um 14 Uhr und Carmen ließ ihn am Morgen endlich Zärtlichkeiten zeigen. Als ihn die Wohnung in Richtung Flughafen verließ, war er sich sicher, einen Fehler gemacht zu haben. Aber wie sollte er sie loswerden? Ian hatte keine Ahnung, dass seine Probleme gerade erst begonnen hatten. Er warf seinen Koffer auf den Rücksitz des Autos und begann auszusteuigen, irgendetwas stimmte nicht. Er stieg aus und ging zur Beifahrerseite, wo er einen Plattenvorderreifen fand. Ian hatte seit seinem Führerschein keinen Platten mehr gehabt. Er erinnerte sich an den Tag vor zwölf Jahren, als sein Vater ihm eine Lektion im Reifenwechseln erteilen wollte, aber als verwöhnter Sohn lehnte er das Angebot ab. Dad, ich habe den ADAC. Ian holte sein Handy heraus, um den Pannendienst anzurufen und verfluchte sich selbst, als der Disponent mitteilte, dass es zwei Stunden dauern würde, bis der LKW eintreffen würde. Ian beschloss, den Reifen selbst zu wechseln und dachte, wie schwer kann das schon sein, wenn es ein Mechaniker kann? Ian baute den Wagenheber gemäß den Anweisungen in der Bedienungsanleitung zusammen, bevor er die Abdeckung anhob, um an den Ersatzreifen zu gelangen. Auf dem Ersatzreifen lag ein Umschlag mit seinem Namen darauf. Obwohl er es eilig hatte, siegte die Neugier und er öffnete ihn, um den darin enthaltenen Brief zu lesen. Er war von Lisa und lautete Ian, mein Schatz Wenn du diesen Brief liest, bedeutet das, dass du einen Platten hattest und wahrscheinlich gerade verärgert bist. Ich hoffe, es hilft zu wissen, dass du eine Frau zu Hause hast, die dich liebt, und wenn du nach Hause kommst, werde ich dir gerne einen Drink einschenken, dich massieren und, Zwinker, vielleicht noch etwas anderes. In Liebe deine Frau Lisa Anstatt ihn aufzumuntern, machte der Brief ihn noch wütender. Das Schlimmste daran? Der Brief roch nach Kriet. Ian blätterte zurück zur Bedienungsanleitung, las die Anweisungen und beendete den Reifenwechsel. Jetzt musste er sich beeilen, um seinen Flug zu erreichen. Joey Brunkowski war eine halbe Stunde davon entfernt, seinen zweiten Tag als TSA-Agent zu beenden, als er den Mann in der Sicherheitsschlange entdeckte, der sich nervös verhielt. Er erinnerte sich an seine Ausbildung und beobachtete, wie der Mann weiter herumzappelte. Bei näherer Betrachtung passten einige Dinge nicht zusammen, der Mann war wie ein Geschäftsmann gekleidet, aber seine Hände waren nicht die Hände eines Geschäftsmannes, nicht mit dem Fett an ihnen. Außerdem kam Joey der Mann bekannt vor, hatte er sein Gesicht vielleicht auf einem der Watchlist-Poster im Umkleideraum gesehen? Irgendetwas an dem Mann kam Joey bekannt vor. Ian stellte seine Handgepäcktasche auf das Förderband, bevor er sich bereit machte, durch den Körperscanner zu gehen. Er hatte nur noch 15 Minuten, bevor das Garte für seinen Flug geschlossen wurde. Beeilung, Beeilung, sagte er zu der Frau vor ihm, die sich plötzlich daran zu erinnern schien, dass ihre Schlüssel in ihrer Tasche waren. Ian versuchte, an ihr vorbeizugehen, aber sie warf ihm einen Blick zu, sagte Entschuldigung und ließ ihn nicht an sich vorbei. Sie kam schließlich durch, Ian schaffte es auch und wartete darauf, dass seine Tasche durch das Röntgengerät kam. »Sir, ist das Ihre Tasche?« Ian schaute auf und sah den TSA-Beamten mit seiner Tasche. »Ja, warum?« Joey war mit sich zufrieden, er wusste, dass mit diesem Typen etwas nicht stimmte. »Sir, treten Sie bitte hierher, damit wir einen Blick hineinwerfen können.« »Hören Sie«, begann ihn in einem wütenden Ton, »ich habe nur noch 10 Minuten, um meinen Flug zu erreichen.« »Können Sie nicht jemand anderen belästigen?« Ein Vorgesetzter hörte den Wortwechsel mit und trat hinzu. »Bronkowski, was haben Sie?« Joey zeigte auf das Bild auf dem Bildschirm. Der Vorgesetzte verzog das Gesicht, was nur als Besorgnis gedeutet werden konnte, und wandte sich dann an ihn. »Sir, kommen Sie hierher!« Ian war kurz davor, diesen neuen Typen anzuschreien, überlegte es sich aber im letzten Moment anders. Vielleicht konnte er das schnell hinter sich bringen, wenn er den Mund hielt. Leider nicht. Als Joey die Reisetasche untersuchte, öffnete er eine Seitentasche an der Außenseite des Koffers, eine Tasche, die Ian nie benutzte. Ian beobachtete entsetzt, wie der Beamte ein großes, scharfes, messerähnliches Objekt herausholte. Was um alles in der Welt, dachte Ian bei sich, Lisas Brieföffner aus ihrem Büro, »wie ist der in meine Tasche gekommen?« Was Ian laut sagte, war, »ich habe das nicht in meine Tasche getan.« »Sir, hat jemand anderes Ihre Tasche gepackt oder hatten Sie zu irgendeinem Zeitpunkt keine Kontrolle darüber?« Ian musste zugeben, dass beides nicht der Fall war. »Dann kommen Sie bitte mit uns.« Eine Stunde später verließ ihn den Untersuchungsraum und dürfte die Sicherheitskontrolle passieren, aber erst nach einer sehr peinlichen Leibesvisitation und einer strengen Belehrung der Polizei, was passieren würde, wenn er jemals wieder versuchen würde, mit einem eingeschränkten Gegenstand durch die Sicherheitskontrolle zu gehen und er auf die No-Fly-Liste gesetzt würde. Joey Bronkowski bekam für seine Wachsamkeit ein dickes Atta-Boy mit einem Brief in seiner Personalakte. Natürlich war Jans Flug schon vor über einer Stunde abgeflogen und er ging zum Service-Shelter, um seinen Flug nach Phoenix umzubuchen. Leider ging der nächste verfügbare Flug erst um 20 Uhr. Ian saß vier Stunden lang in der Flughafenbar und trank drei doppelte Jamesons. Er hatte zwei weitere im Flugzeug und checkte kurz nach 1 Uhr morgens in sein Hotel ein. Er fühlte sich schrecklich. Er ließ sich in sein Zimmer fallen, schaltete sein Telefon aus und zog den Stecker des Hotelzimmertelefons nur für den Fall. Peng, 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 jemand hämmerte an Jans Tür. Er stand auf, es war halb vier, und ging zur Tür. Er schaute durch den Türspion und sah die Dame, die ihn eingecheckt hatte. Er öffnete die Tür einen Spalt breit. Was gibt es? Entschuldigen Sie die Störung, Mr. Burns. Ihre Frau hat versucht, sie zu erreichen. Sie sagt, es sei ein Notfall, dass überall Wasser sei. Sie sagte, ich solle sie anrufen. Was in aller Welt, entfuhr es ihm. Ian dankte der Dame, schaltete sein Telefon wieder ein und rief Carmen an, wobei er sich dachte, warum sollte Carmen mich anrufen und vorgeben, meine Frau zu sein? Es war die einzige Erklärung, die ihm für eine so verrückte Nachricht einfiel. Vielleicht war das Dach des Gebäudes undicht. Carmens Telefon klingelte ein halbes Dutzend Mal, bevor sie abnahm. Sie klang nicht gerade erfreut, geweckt zu werden. Was war alles, was sie sagte? Carmen, hast du versucht, mich zu erreichen? Ian, es ist vier Uhr morgens. Warum sollte ich dich anrufen? Er war kurz davor, ihr zu sagen, dass er eine Nachricht erhalten hatte, dass seine Frau angerufen hatte, als ihm klar wurde, wie verrückt das klang. Entschuldige, Schatz. Das muss ein böser Traum gewesen sein. Gute Nacht. Ian beendete das Gespräch, bevor er kamen Sagen hörte, schrecklich. Ian schlief nie wieder ein. Die Worte des Rezeptionisten hielten ihn wach. Sie sagt, es sei ein Notfall, überall ist Wasser. Um fünf Uhr stand er schließlich auf, um sich eine Tasse Kaffee zu machen. Die nächsten zwei Stunden verbrachte er damit, Sportkommentatoren auf ESPN zuzusehen, die über Unsinn schwadronierten, bevor er duschte und sich für sein Meeting fertig machte. Der CEO und der Betriebsleiter von Jefferson Industries warteten auf ihn, als er in seinem Mietwagen vorfuhr. Ian sah so schlecht aus, wie er sich fühlte. Er hatte Kopfschmerzen, ein Klingeln in den Ohren und er kämpfte darum, wach zu bleiben. Der Kunde wusste, dass Ian kürzlich seine Frau verloren hatte und war bereit, ihm zu verzeihen, dass er den Großteil der Besprechungen am Montagmorgen verpasst hatte. Der CEO schickte Ian schließlich mit dem Versprechen, bald einen neuen Termin zu vereinbaren, zurück ins Hotel und rief dann Josef an und sagte ihm, er solle ihn nicht noch einmal schicken, bis er sich wieder im Griff habe. Ian fuhr zurück ins Hotel mit der festen Absicht, sich sofort ins Bett zu liegen und etwas Schlaf zu bekommen, da er beschlossen hatte, den gebuchten Flug am Dienstagnachmittag zurück nach Hause zu nehmen. Stattdessen klingelte sein Telefon, als er sich in seinem Zimmer niederließ. Es war der leitende Detektive von Ocean County, der Lisas Tod untersuchte. Er informierte ihn, dass weder das Büro des Gerichtsmediziners des Landkreises noch der Bezirksstaatsanwalt bereit waren, Lisas Tod als Unfall zu bestätigen. Der Detektive bat ihn, auf die Polizeiwache zurückzukehren, um noch ein paar Fragen zu beantworten. Ehrlich gesagt, sagte der Detektive, waren wir bereit, den Fall abzuschließen, bis wir einen anonymen Anruf erhielten, in dem behauptet wurde, es gäbe einen Zeugen, der schwört, sie hätten Mrs. Burns von der Klippe gestoßen. Wir hätten gedacht, es wäre ein Scherz, aber diese Person schien über so viele Fakten Bescheid zu wissen. Ich bin sicher, wir können das aufklären, wenn sie zurückkommen und die Ereignisse mit uns besprechen. Zu sagen, dass ihn besorgt war, wäre eine Untertreibung. Er wusste, dass er Lisa nicht von der Klippe gestoßen hatte, aber wie oft wurden schon unschuldige Männer verurteilt? Ein Prozess wäre nicht zuletzt kostspielig und würde die Auszahlung der Lebensversicherung verzögern. Ihn ging in die Bar und trank zu viele Pins und zu viele Tequila-Schutz. Der Barkeeper stellte ihm schließlich das Bier ab, als er laut und streitsüchtig wurde. Auf dem Weg zurück in sein Zimmer bereute er eine Stunde lang den Alkohol, so viel zu einer erholsamen Nachtrohe. Carmens Montag war besser als Jans, aber nicht viel besser. Irgendetwas hatte sie in der vergangenen Nacht jede Stunde aufgeweckt. Gerade als sie einschlief, begann ein leises Summen, aber nur für ein paar Sekunden lang genug, um sie zu wecken, aber nicht lang genug, um zu verfolgen, woher das Geräusch kam. Nachdem sie von zehn bis zwei jede Stunde aufgewacht war, stopfte sie sich schließlich Watte in die Ohren und schlief ein, als ihn um vier Uhr anrief und seine verrückte Frage stellte, »Hast du versucht, mich zu erreichen?« Carmen kam pünktlich zur Arbeit, aber der Schlafmangel trug dazu bei, dass sie einige Fehler machte, Fehler, die ihr Chef schnell entdeckte. Nach dem zweiten Fehler wurde Carmen gerügt und verwarnt. Der Montagabend war nicht besser, sondern viel schlimmer. Als sie mit ihm sprach, war er betrunken und redete wirres Zeug. Sie versuchte um neun Uhr einzuschlafen, aber um elf Uhr fing das verdammte Summen wieder an. Carmen stopfte sich wieder Watte in die Ohren und schlief wieder ein. Sie hatte keine Ahnung, wie lange sie geschlafen hatte oder wie spät es war, als sie eine Präsenz im Zimmer spürte. Das Zimmer war dunkel, aber es gab genug Licht, um die Frau zu erkennen, die am Fußende des Bettes stand. Es musste eine Erscheinung sein, gekleidet in einen weißen Kittel, das Gesicht weiß, das lange Haar bis zur Schulter hängend. Bei näherem Hinsehen konnte Carmen sehen, dass das Haar der Frau nass war, dann verstand sie, dass es Lisa Burns war. »Was willst du?« Carmens Stimme war kaum mehr als ein Piepsen, ihre Kehle war vor Angst zugeschnürt. War das ein Lächeln als Antwort oder ein bösartiges Grinsen? Die Frau antwortete nicht und Carmen kauerte sich unter der Bettdecke zusammen. »Er hat mich getötet und er wird auch dich töten.« Die Hand der Frau streckte sich nach Carmen aus. Carmen zog sich die Decke über den Kopf, zitterte und betete zum ersten Mal seit ihrer Kindheit. Die Zeit verging, ob es zehn Minuten oder zwei Stunden waren, konnte Carmen nicht sagen, aber als sie sich endlich ein Herz fasste, die Decke fallen zu lassen und nachzusehen, war die Erscheinung verschwunden. Oder war sie überhaupt jemals wirklich da gewesen? Carmen stand aus dem Bett auf, ging langsam von Zimmer zu Zimmer, schaltete jedes Licht in der Wohnung ein, während sie langsam in jeden Schrank, unter das Bett und hinter das Sofa schaute. Sie ging in die Küche und holte die Flasche Wein aus dem Kühlschrank. Sie schaute in den Schrank, griff an den Weingläsern vorbei und nahm eines von Jans Pintgläsern. Jans Telefon klingelte, es war Dienstagmorgen, acht Uhr. »Hallo?« Zu diesem Zeitpunkt hatte er fast Angst, ans Telefon zu gehen, denn die letzten Anrufe hatten nichts Gutes gebracht. »Ihn, es war Josef, was zum Teufel ist da unten los?« Ich habe gerade mit Mr. Fairbanks von der Jefferson-Schule telefoniert. Er sagte, »Du hättest ihm gestern den Tag verdorben.« »Es tut mir leid.« »Es war alles, was ihm einfiel.« »Das ist noch nicht alles.« »Gestern hat mich ein Detektive angerufen.« »Er wollte wissen, ob ich glaube, dass du fähig bist, Lisa zu töten.« »Ich habe ihm gesagt, dass das auf keinen Fall stimmt, aber warum stellen sie Fragen?« »Gibt es etwas, das du mir sagen musst?« »Nein.« »Ich schwöre, ich habe sie nicht getötet, Josef.« »Es war ein Unfall.« »Okay, okay, du solltest besser mit diesem Detektive aus Ocean County sprechen und die Sache klären.« »Nimm dir morgen Zeit, um dorthin zu fahren.« »Dann schau am Donnerstag, was du tun kannst, um die Leute bei Jefferson zu beruhigen.« »Oder soll ich Holstedt schicken?« Holstedt versuchte immer, Jans Konten zu stehlen. Jetzt deutete Josef an, dass Holstedt das Jefferson-Konto übernehmen sollte. Das waren fast sieben Prozent von Jans Vergütung. Allein der Vorschlag ärgerte ihn. »Tun Sie das nicht. Geben Sie mir bis Ende der Woche Zeit. Ich werde alles mit diesem Detektive und mit Mr. Fairbanks klären. Ich mag Sie, ihn, aber ich kann es mir nicht leisten, den Jefferson-Auftrag zu verlieren. Bringen Sie das in Ordnung. Josef beendete das Gespräch. Ian hatte zwei Stunden Zeit, um seinen Flug zu erreichen, schaffte es aber mit fünf Minuten Vorsprung. Auf dem Flug kaufte er ein paar dieser kleinen Bourbonflaschen von der Flugbegleiterin. Sie weigerte sich fast, ihn zu bedienen, weil er in einem schlechten Zustand zu sein schien. Zweimal hörte Kamen jetzt irgendwo in der Wohnung ein Telefon klingeln. Als es das zweite Mal klingelte, fand sie ein Wegwerf-Handy in der Jackentasche eines von Jans Mänteln. Kamen ging ans Telefon. »Ist Ihnen da?«, fragte eine Frau am anderen Ende der Leitung. »Wer sind Sie?«, fragte Kamen ungläubig, der Mistkerl hatte noch eine andere Freundin. »Sagen Sie ihn, Janet hat angerufen.« Und legte auf. Kamen schaute in der Anrufliste nach, ihn musste sie gelöscht haben. Aber sie fand zwei SMS von derselben Nummer, die gerade angerufen hatte, sie waren am Samstag eingegangen. »Danke für Dienstagabend und findest du meinen Slip?« Beide mit einem Dutzend Emojis von Herzen und Küssen. Es regnete den ganzen Dienstagmorgen, die Trübsal trug nicht geradezu Kamens schlechter Laune bei, nach einer Nacht ohne Schlaf und nachdem sie am Morgen das Wegwerf-Handy gefunden hatte. Es war noch nicht einmal Mittag, als sie eine weitere Flasche Wein öffnete und sich ein Glas einschenkte. Der Fernseher lief, aber Kamen schenkte dem, was lief, nicht viel Aufmerksamkeit. Es war eine dieser dummen Seifenopern, die ihre Mutter früh den halben Tag lang schaute, bis sich das Geschirr stapelte und die Wäsche nicht mehr gemacht wurde. Wenn Kamens Vater von der Arbeit nach Hause kam, begannen die Streitereien, bei denen beide Elternteile sich anschrien und fluchten. Die Erinnerung an ihre dysfunktionale Familie machte Kamen nur noch wütender. »Warum bleiben Menschen zusammen, wenn sie sich nur gegenseitig unglücklich machen?«, dachte sie bei sich, während sie sich ein zweites Glas Wein einschenkte. Die Frage beantwortete sich nie von selbst, weil die beiden Fernsehschauspieler ihre Gedanken unterbrachen. Die Schauspielerin schlug den Schauspieler und beschuldigte ihn des Betrugs. Der Schauspieler lachte die Frau aus und gab seine Affäre mit einer jüngeren, hübscheren Kollegin zu. Kamen beobachtete die Szene mit Entsetzen. »Sind alle Männer solche Widerlinge?«, fragte sie den Fernsehbildschirm. Als ihn drei Stunden später zur Tür hereinkam, trank Kamen gerade den letzten Schluck aus der Flasche. Ihn ließ seinen Koffer auf dem Boden des Flurs fallen und trat in einen unerwarteten Wirbelsturm aus Bosheit, der aus Kamens Mund kam. »He, Baby!« waren die einzigen Worte, die er herausbrachte, bevor der Sturm losbrach. »Deine Freundin hat angehufen, du Idiot!« »Wovon redest du?« »Welche Freundin?« Kamen griff nach dem Telefon und warf es ihn an den Kopf. »Spiel nicht den Unschuldigen!« »Ich habe das Telefon gefunden, das du benutzt hast.« Das Telefon verfehlte Jans Kopf und zerschellte an der Wand. »Ich weiß nicht, wovon du redest, um Himmels Willen.« »Du bist betrunken!« Kamen wurde von Sekunde zu Sekunde wütender und aufbrausender. Wie konnte ihn es wagen, sich herauszureden? Sie kannte die Masche leugnen, leugnen, leugnen. Er hatte in den letzten drei Monaten ein Wegwerfhandy benutzt, um mit ihr zu kommunizieren, und jetzt versucht er zu leugnen, dass er ein anderes Handy für die andere Frau hat. Sie rannte zu der Stelle, an der das Handy auf dem Boden gelandet war, hob es auf und drückte es ihm an die Brust. Hier ließ einfach die SMS, die sie geschickt hat. Aufgrund der drei Drinks im Flugzeug und des Schlafmangels, abgesehen von der katastrophalen Autofahrt und einem miesen Flug durch ein Gewitter, bei dem das Flugzeug am Himmel wie ein Blatt zitterte, fiel es ihn schwer, zu verarbeiten, worüber Kamen schrie. Er brauchte einen Drink, aber stattdessen hatte er es mit einer irrationalen, verrückten Frau zu tun. Ian schaute auf das Handy in seiner Hand. Er drückte auf den Einschaltknopf, aber nichts passierte, das Handy war kaputt. Ian hielt Kamen das Handy hin. Du hast es kaputt gemacht. Er legte es auf die Kücheninsel und ging zur Minibar, um sich einen starken Drink einzuschenken, einen zwölf Jahre alten Higland Park, pur. Kamen konnte es nicht glauben, der Beweis war weg. Kamen schrie jetzt lauter. Du verdammter. Es war da, ihre SMS an dich. Der Anruf, den sie getätigt hat, war in ihrem Verlaufsprotokoll. Sie waren da. Ian trank das erste Glas aus und schenkte sich ein zweites ein. Du bist verrückt. Es gibt keine andere Frau. Seine Stimme traf Kamen bis ins Mark. Geh unter die Dusche und werde nüchtern. Wir reden, wenn du nicht mehr betrunken bist. Ian öffnete die Schiebetür zur Terrasse und trat hinaus, um frische Luft zu schnappen und dieser verrückten Frau zu entkommen. Er lebte seit drei Jahren mit Lisa zusammen und hatte so etwas noch nie erlebt. Er wusste nicht, wie er damit umgehen sollte. Am besten einfach weggehen. Er wollte die Schiebetür schließen, als sie ihm aus der Hand glitt. Sag mir nicht, ich soll wieder nüchtern werden. Sag mir nicht, dass du mich nicht wegen einer anderen Frau verlassen wirst. Ich habe die SMS gesehen. Du wirst dafür bezahlen, du Idiot. Ich hasse dich und ich will, dass du stirbst. Kamen stieß ihn in die Brust. Unter normalen Umständen hätte ihn sich an das Geländer gestützt, das die Terrasse umgibt. Das Geländer wurde nach den neuesten Vorschriften gebaut und ist hoch genug, um zu verhindern, dass jemand darüber stolpert. Unter normalen Umständen, aber durch eine Laune des Universums, stand Lisas Kräutertopf auf der Terrasse direkt zwischen ihnen und dem Geländer. Als ihn nach hinten stolperte, verfing sich sein Fuß in der Kante des Topfes und katapultierte ihn über das Geländer und fünf Stockwerke tief auf den Bürgersteig. Kamen schrie entsetzt auf, als sie zur Brüstung lief und hinunter auf Jans leblosen Körper blickte. Sie konnte es nicht glauben, und es sollte Jahre dauern, bis sie den Ausdruck in Jans Augen vergessen würde, als er rückwärts fiel und nach Luft griff, in dem vergeblichen Versuch, sich festzuhalten. Kamen begann zu schreien, Hilfe, Hilfe, rannte zum Eingang der Wohnung und rief weiter, rufen sie den Notruf an, bis drei oder vier Nachbarn ihre Türen öffneten und ihr zu Hilfe kamen. Zwei der Nachbarn riefen die Polizei an, sobald sie verstanden hatten, was Kamen versuchte zu sagen. Mrs. Simpson, die Nachbarin von gegenüber, setzte Kamen auf das Sofa und versuchte, sie mit einem Glas Wasser zu beruhigen. Bei der anschließenden Untersuchung gaben alle zu, dass es sich um einen tragischen Unfall handelte, der hauptsächlich durch die unglückliche Platzierung des Blumentops verursacht wurde. Kamen hätte einen Klaps auf die Hand und eine Bewährungsstrafe für ihre Rolle bei dem Unfall bekommen, wenn da nicht eine Sache gewesen wäre. Die Nachbarin saß zufällig auf ihrer Terrasse neben der von ihnen, als sie die Schreie hörte und hinüberblickte, um zu sehen, wie Kamen ihn, mit Gewalt, stieß und dabei, ich will dich tot sehen, schrie. Kamen bekannte sich schließlich des, fahrlässigen Totschlags, schuldig und wurde zu 18 Monaten Haft im Staatsgefängnis verurteilt. Drei Monate später Also, alles, was ich Ihnen sage, ist vertraulich, es sei denn, es ist ungesetzlich? Gloria Turner, die Psychologin, nickte zustimmend. Auch wenn es unmoralisch oder unethisch ist, solange es nicht gegen das Gesetz verstößt? Ein weiteres Nicken als Antwort auf diese zweite Frage. Die Psychologin blieb mit dem Schreibblock auf dem Schoß und dem Stift in der rechten Hand gelassen und wartete darauf, dass ihre neue Patientin anfing. Ich war schon immer ein Polyana, ich weiß nicht, warum, wenn man bedenkt, was für eine harte Person meine Mutter immer war, aber so habe ich das Leben gesehen, als ob gute Dinge zu guten Menschen kommen. Aber als ich von dieser Klippe ins Meer stürzte und mein Mann daneben stand und es geschehen ließ, ist etwas in mir zerbrochen. Lisa Burns nahm einen Schluck Wasser. Ich schlug auf dem Wasser auf und spürte, wie die Strömung mich aufs Meer hinauszog. Das Wasser war kalt, ich wusste, dass es nicht lange dauern würde, bis ich unterkühlte, aber ich kämpfte gegen den Drang an, gegen die Strömung anzukämpfen, zog meine Schuhe und den Rucksack aus und ließ mich auf dem Rücken treiben, bis die Strömung aufhörte, mich hinauszudrücken. Es herrschte leichter, ablandiger Nebel, ich konnte weder das Ufer noch irgendetwas um mich herum sehen, aber ich schwamm dorthin, wo ich dachte, dass das Ufer sein müsste. Da hörte ich ein Radio, aus dem alte Rockmusik ertönte. Ich schwamm auf den Klang zu und konnte es nicht glauben, da war ein Mann, der einen Krabbentopf aus dem Meer zog. Ich weiß nicht, wer mehr überrascht war, ich oder er. Lisa bekam Tränen in die Augen. Er zog mich aus dem Wasser, half mir beim Ausziehen, wickelte mich in eine Wolldecke und brachte mich mit dem Boot ans Ufer. Er und seine Frau gaben mir zu essen und kümmerten sich um mich. Als die Nachrichten kamen, sahen wir zu, wie ihm Krokodils Tränen weinte. Ich beschloss, ihm das Leben zur Hölle zu machen, bis er gestand, was er getan hatte. Ich beschloss, ihn zu verfolgen. Mr. und Mrs. Crane fuhren mich zurück in die Stadt und buchten mit ihrer Kreditkarte ein Zimmer in einem nahegelegenen Motel. Wenn ich an dieses Paar denke, muss ich sagen, dass es mir teilweise geholfen hat, mein Vertrauen in die Menschen wiederherzustellen. Haben Sie etwas getan, um Ihnen zu danken? Dies war eines der wenigen Male, dass Gloria Lisas Erzählung unterbrach. Ja, Mr. Crane hat einen neuen Außenbordmotor für sein Angebot und Mrs. Crane hat einen neuen Umluftofen. Auf der Rückfahrt in die Stadt unterhielten sie sich und ich hörte sie zufällig mit. Ich saß auf dem Rücksitz und weiß, dass sie nicht andeuteten, dass ich schlief. Ich ließ mich in meinem Motelzimmer nieder und schlich mich am Montagabend in die Wohnung. Es ist schon komisch, ich war diejenige, die sich gegen einen versteckten Schlüssel unter der Fußmatte vor der Eingangstür ausgesprochen hatte, ihn hatte sich ein paar Mal ausgesperrt und darauf bestanden. Wie auch immer ihn ist oder war ein Mensch mit tiefem Schlaf und ich dachte, ich könnte mich in der Wohnung bewegen, ohne ihn zu wecken. Wie sich herausstellte, brauchte ich mir keine Sorgen zu machen, er schlief bei seiner Freundin, von der ich bis zu diesem Tag nicht einmal wusste, dass sie existierte. Ich habe hier und da ein paar Erinnerungsstücke platziert, Dinge, die ihn daran erinnern sollten, wie sehr wir uns einst geliebt haben, einschließlich der Hängung unserer Hochzeitsfotos in meinem Büro, nachdem ich bemerkt hatte, dass er unsere Hochzeitsfotos im Flur abgehängt hatte. Dann habe ich etwas von meinem Parfüm auf die Bettwäsche gesprüht. Ich habe in dieser Nacht noch etwas anderes getan, was ich bis dahin nie getan hätte. Ich habe mich von seinem Laptop aus, den er im Schlafzimmer gelassen hatte, in Jans berufliche und private E-Mail-Konten eingeloggt. Ich kannte seine Passwörter, er wusste das wahrscheinlich nicht, aber ich habe vor Montagabend nie herumgeschnüffelt. Da fand ich heraus, dass es eine Kahn gab. Sie hatte ihm eine E-Mail geschickt, nachdem sie gehört hatte, dass ich vermisst wurde. Sie konnte ihn nicht über das Wegwerfhandy erreichen, das sie für die Kommunikation benutzten, auch das erfuhr ich und machte sich Sorgen um ihn, zumindest schrieb sie das. Lisa begann bei der Erinnerung daran zu schluchzen, Gloria reichte ihr die Schachtel mit den Taschentüchern. Wie viel Zeit haben wir? fragte Lisa Gloria. Zwei Stunden, keine Sorge, sie sind mein letzter Termin für heute. Gloria wusste, dass diese Sitzung für Lisa intensiv werden würde und wollte sie nicht abkürzen. Außerdem konnte Gloria es kaum erwarten zu hören, wie Lisa ihre Rache geplant hatte. Nachdem Lisa sich beruhigt hatte, fuhr sie fort, Dienstagnacht bin ich zurückgegangen. Ich musste leise sein, weil ihn dort schlief. Ich musste fast laut lachen, als ich den Stapel Bettwäsche im Flur fand, wo er sie hingeworfen hatte. Das Parfüm wirkte. Ich räumte ein paar Dinge um und ging wieder. Mittwochabend war besser, weil ihn die Nacht bei seiner Freundin verbracht hatte und ich mich frei bewegen konnte. Ich durchsuchte die Müllsäcke, die ihm gefüllt hatte, und fand ein paar Dinge, die ich nicht wegwerfen wollte. Es ist erstaunlich, wie das, was man für wichtig hielt, keinen Wert mehr hat, wenn das eigene Leben auf den Kopf gestellt wurde. Ich nutzte die Gelegenheit und schnappte mir meinen Laptop in der Hoffnung, dass ihn nicht bemerken würde, dass er fehlte. Hier wurde ich richtig gemein. Ich ließ meine Haarbürste im Badezimmer, wo er sie finden würde, und schrieb die Namen unserer zukünftigen Kinder auf einen Zettel, damit er ihn finden konnte. Lisa erzählte Gloria von dem Abend, an dem sie und ihn die Namen gefunden hatten. Gloria nahm sich einen Moment Zeit, um sich mit einem Taschentuch die Augen zu wischen. Gloria unterbrach sie erneut. Warte mal, was ist mit deiner Mutter? Hat es dich nicht gestört, dass deine Mutter dachte, du wärst tot, während du vermisst wurdest? Lisa grinste leicht bei dieser Frage. Für mich war es eine weitere Offenbarung. Ich sah, wie meine Mutter am ersten Nachmittag bei den Kranes auf Fox und CNN interviewt wurde. Ich war bereit, sie anzurufen und ihr die guten Neuigkeiten zu überbringen. Ich sah, wie meine Mutter die Aufmerksamkeit genoss, die sie bekam. Es ging nur um sie, nicht um mich. Mein Vater war bis zu seinem Tod mein wirklicher Elternteil, meine Mutter schenkte mir kaum Aufmerksamkeit. Ich glaube, ein oder zweimal hat sie es versucht, aber sie hat sich nie für mich erwähnt. Sie liebte ihn mehr als mich. Ich habe versucht, eine anständige Tochter zu sein, das ganze jüdisch-christliche, Ehre-deine-Mutter-Zeug und so weiter, aber das war bei uns beiden größtenteils nur Fassade. Lisa hielt inne. Kann ich noch etwas Kaffee haben? Beide Frauen standen auf, um eine zweite Tasse einzuschenken. Ich werde sie nicht mit allen Einzelheiten langweilen, die ich in den nächsten Tagen getan habe. Ich habe ihn am Donnerstag auf der Arbeit angerufen, meine Stimme verstellt und ihm gesagt, dass ich gesehen habe, wie er seine Frau hat sterben lassen. Ein paar Tage später habe ich dasselbe der Polizei erzählt. Als ich seine E-Mail las, hatte ich eine Kopie seines Reiseplans, also habe ich am Sonntagmorgen einen seiner Reifen platt gemacht und eine Liebesbotschaft im Ersatzreifenfach hinterlassen. Ach ja, ich habe auch meinen Brieföffner in der Seitentasche seines Koffers versteckt. Nachdem ich herausgefunden hatte, dass seine Freundin bei ihm einziehen würde, wurde ich kreativ. Ich kaufte ein Handy bei Walmart und steckte es in einen seiner Mäntel im Schrank. Ich rief die Nummer an, als ich wusste, dass sie allein zu Hause sein würde, und bat darum, mit ihm zu sprechen. Ich sagte ihr, ich sei seine andere Freundin und er solle mich anrufen. Ich schickte eine SMS, dass ich unsere Zeit am Dienstagabend genossen habe und mich fragte, ob er das Höschen gefunden hat, das ich dort gelassen habe. Sie hätten sie schreien hören sollen. Lisa lächelte, als sie daran dachte, wie viel Spaß sie hatte, während sie kamen in Panik versetzte. Das Beste daran war, mich mitten in der Nacht in die Wohnung zu schleichen und sie zu gusten. Das war, nachdem ich in Jans Hotel angerufen und den Rezeptionisten gebeten hatte, ihn mit der Nachricht zu wecken, dass seine Frau versuchte, ihn zu erreichen. Gloria konnte sich nicht mehr zurückhalten. Das ist alles nicht illegal. Ich finde es sogar verdammt inspirierend. Ich habe in der Zeitung gelesen, dass du nicht wegen eines Verbrechens angeklagt wirst. Aber Carmen tut mir ein bisschen leid, sie wurde wegen fahrlässiger Tötung angeklagt und muss vielleicht ein paar Jahre ins Gefängnis. Das ist hart. Lisa schüttelte den Kopf. Vielleicht hält sie sich in Zukunft von den Ehemännern anderer Frauen fern, wenn sie wieder draußen ist. Ich hatte nicht vor, etwas anderes zu tun, als sie auseinanderzubringen und ihn dazu zu bringen, zu gestehen, was er getan hat. Ich hätte mir nie träumen lassen, dass es mit Jans Tod enden würde. Gloria, die selbst verheiratet ist, dachte, dass es anderen Möchtegern jemand die Binnen als Lehre dienen könnte. Vielleicht hat Lisa ja recht. Sie nickte schweigend und ließ Lisa ausreden. Ich schätze, wenn die Polizei es auf die Spitze treiben will, kann sie eine große Sache daraus machen, dass ich zehn Tage lang vorgegeben habe, unter Amnesie zu leiden. Aber sie müssten beweisen, dass ich keine Amnesie hatte und sie scheinen nicht allzu sehr daran interessiert zu sein, einen Fall daraus zu machen, wo oder warum ich mich versteckt habe. Gloria hörte auf, sich Notizen zu machen und schaute auf. Nun, Lisa, in dieser ersten Sitzung haben Sie mir einige großartige Hintergrundinformationen gegeben. Was möchten Sie in unseren zukünftigen Sitzungen erreichen? Drei Dinge. Ich möchte den Menschen wieder vertrauen und das Beste in ihnen sehen. Ich bin abgestumpft und das gefällt mir nicht. Zweitens möchte ich verstehen, warum ihn mich nicht so lieben konnte, wie ich ihn geliebt habe, wo es schiefgelaufen ist. Und drittens möchte ich in der Lage sein, die halbe Million Dollar, die ich aus Jans Lebensversicherung erhalten habe, ohne Schuldgefühle auszugeben. Drei Dinge. Und drittens. Und drittens. Und drittens. Und dann�